ja meine lieben herzlich willkommen in seven days oder herzlich willkommen bei aber natürlich ich bin schon mal ein paar meter vorgelaufen um hier noch mal rein zu gucken ob ich stahl habe aber ja auch dann habe ich es oben auch schon raus genommen das ist ja unschön ich brauche ja mindestens mal ganz locker 140 stahl die werden noch nicht so weit für dich sein nichts mehr drin sondern machen jetzt folgendes dann machen wir jetzt einmal brandweiler gucken wir mal was ich dafür brauche feile werde ich dafür brauchen kann ich das auch mit dem bolzen machen das wäre super ich glaube explosiv feile gehen auf jeden fall mit dem bolzen das mit dem brand fallen wir unterlaufen hier wohl ein bolzen als ein pfeil pfeil stahl bolzen stahl pfeil warum kann ich die noch nicht sehen müsste ich hier doch eigentlich gelernt habe ich auch okay gucken wir mal so da sind sie die kann ich mir jetzt nur dort die feuer feile kann ich nur dort machen was brauche ich denn teig okay das kriegen wir hin weil die müsste ich jetzt auch erst noch machen aber der dürfte relativ schnell gehen das ist das schöne ein stahl pfeil brauche ich dafür also was nehmen wir ach so viel brauche ich nicht weil da haben wir schon mal stahlpfeile weil ich nur 82 federn habe okay schon mal mit den favoriten und durchziehen so talcum habe ich dann nicht mehr drin glaube ich aber jetzt habe ich jetzt auch komplett ohne 122 okay da ziehen wir jetzt auch einen kompletten talcum durch dann haben wir davon nämlich auch genug in der zeit kann auch der stahl laufen und ich brauche nicht dreimal hin und herrennen und dann habe ich noch was vergessen das kann ich mir gleich in die tasche packen jetzt kann ich die streben nämlich nicht mit eisen aufwerten so wasser ist fertig das ist ja schön wann habe ich dann wasser gemacht weiß ich ja gar nichts von wie so oft das will hinten ok dann kommt die jetzt noch hinten auch nicht schlecht so da haben wir noch talcum habe ich auch nicht in der verordnung nicht 10 minuten nur das geht wir machen mal so viel so viel zwölf minuten 20 kommen doch reicht und wie viel bei euch denn dann 103 wo ist er denn jetzt das könnte jetzt auch pfeife heißen das pfeil da oben so da ist da dieses bulwur habe ich drüben zeit brauche nur ein ok was will ich da wenn ich da hin muss auch gott es dauert ja doch so ewig dass er durch die werde ich aber dann heute nacht noch nicht einsetzen das machen wir dann zusammen die spulver habe ich kein schieße mehr warum nicht ja 103 sind 206 ich mache jetzt erstmal nur das absolut notwendige 206 dazu brauche ich nur drei minuten das ist gut das ist sehr schön 1 2 3 4 5 6 7 8 jetzt habe ich neun ich wollte nur acht egal und jetzt kommt dann hundertprozentig gleich noch mal so einer so eine tante die mir ärger machen will kenne ich doch mittlerweile 94 naja das ist schon mal aber warte mal kurz 24 24 auch dauert das das dauert alle tja mal hier ran soll ich raus holen tja so weiß ich nicht ob die reichen ich glaube eher nicht nein muss dorthin so wir nehmen sie direkt mit ich bin schlaues kärchen absolut hier ehrlich ok so überraschung wollen wir nicht haben wir hier eigentlich noch was drin nö ach dass wir jetzt ja heute richtig nervig dann wieder mit der warte 40 naja das ist schon mal etwas kommen wir so sehr schön kommen auch hier das kann da wieder rinnen und hab ich hier nämlich nochmal raus das hab ich mir nämlich schon gedacht da sind sie ab in die Favoriten ich hoffe ihr habt lautstark geschimpft ich hoffe ihr habt lautstark geschickt nee 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 das ist so ein typischer Abonaggio absolut 50 mal laufen aber so bleib ich schlank so bleib ich gesund alles gut das ist ja zu viel ich glaube ich sollte mit dem Kotten machen wir schon mehr Kotten anpflanzen äh 13 nee hier wäre es mit 3 so und nochmal zurück ich hab jetzt keine Lust auf Meckartante ich hoffe die bleibt zu Hause sonst wird doof so einmal durch und dorthin jetzt hab ich sie aber da richtig das wird bestimmt lustig sehr schön ähm das ist ne Horde das ist ne durrige Horde die mir gerade alles kaputt machen ich komm zu euch gebt da einen auf den Sack wartet wartet wo denn hört mal auf da ruhen zu laufen hallo lass das mal komm raus da so jetzt einmal hier antanzen da ist er schon lass das warte mal oh der geht gut nach euch kann ich doch hier mit geht doch einmal dich und einmal dich und dann du wieder immer schön hallo treff ich mich da kann man dich besser sehen wolltest du nicht liegen bleiben bitteschön geht doch lustig irgendwas war da ich darf wegen euch hier wieder alles reparieren versteht er finde ich nicht gut so was denn schön liegen bleiben was das hab ich dir nicht gesagt du sollst ups liegen bleiben bis der endlich mal wieder schussbereit ist plus das ganze gewackelt schon klar da hab ich dir doch schon dreimal umgeblieben hinlegen so noch einer komm her auch liegen bleiben so kurz hier reparieren da haben wir mir echt einen kaputt gemacht hier aber so richtig wie finde ich das denn komm her ja mittlerweile dürfte dann auch der Teipsel langsam durchgelaufen sein von daher so schlimm nicht platzen mir die schon wieder jetzt ja 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 das ist unheimlich schwierig ich weiß wo ist meine Axt da kann man nur ein bisschen zurück weiter und nicht so ganz verkehrt ach das können wir doch weg machen wir gleich jetzt bringen die mir Holz mit und Futter ich hätte ja nichts dagegen wenn sie mir jetzt einfach noch ein bisschen Patronen mitbringen würden und so Kram wäre ja auch nicht wert mhm wieso ist da eigentlich ein Loch drin schroth 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 munition kann ich irgendwann auch mal durchziehen ach da ist noch was mhm schon klar mach halt mal weg hier benutzt mal squab mal und benutzt nochmal fertig darf ich danke ja so kriegt man die Tage dann auch rum schön können wir noch ein paar nachziehen auch nicht schlecht ein bisschen Stoff mitnehmen ach hier haben sie auch schon wieder rum gebügelt so was haben wir denn das können wir auch mal direkt zerlegen naja Futter kann ich immer brauchen ne diesmal nicht Knochen hab ich genug jetzt weiß ich gar nicht wie viele Stoffe ich jetzt äh eine ich dazu gekriegt habe wobei ne 14 machen wir 14 Stoffe nochmal dazu geht schon so das das kann da rinnen äh das kann da rein und das kann da auch rein jetzt soll ja schon wieder ein Knochen heute gar nicht so das kommt nach oben das kommt auch nach oben und äh Stoff hab ich doch auch hier drin das hab ich gesagt 14 ne äh mach doch einfach mal so ja müssen wir uns besorgen ähm die leeren Gläser uninteressant die sollten nach oben kann ich aber direkt gefüllt nach oben bringen weiß ich nicht egal kriegen wir schon hin und jetzt ja wieder dorthin ja schön dass die Stahlpfeiler auch immer direkt mit oben aber nicht so viele herstellen nicht gut insofern gefällt mir das schon mal ähm war ja klar so so wird schon gehen so nach und nach kriegen wir da oh dich äh Papier hab ich gesagt und und Talcum kommt ja nicht dorthin so fertig sehr schön 126 ah muss ich nach übt muss ich halt jetzt auch nochmal ich brauche 160 also ähm und 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 das da wenn ich nicht irre so 160 brauche ich und das heißt ich brauche noch ähm 44 wenn mich nicht alles täuscht und brauche dafür 41 Sekunden Zeit kriegen wir wohl hin und getter nach der Rolle mach ich mal richtig Schießpulverl das war genug in Ersatz haben und dann ist gut ähm die Gläser dorthin kann ich mal hier hin machen hätte ich auch füllen können ähm ach so 13 und 11 Sekunden kriegen wir auch hin so ach muss ich doch schon wieder da drüben das ist ein hin und her laufen so mach halt fertig hä bin ich mal wieder schlaues Kärchen gewesen ja ganz schlaues Kärchen gewesen bin ich ganz schlaues Kärchen gewesen so tun wir ähm ne brauchen wir hier gar nicht hin tun warum habe ich jetzt noch 17 übrig weil mir Schwarzpulver fehlt ja das ist äh das ist das Ding warte mal du kannst wieder an obwohl 17 Uhr ne dann mach ich jetzt nicht mehr an so ich verstehe gerade die Welt nicht mehr 10 Schwarzpulver zu viel ach wie schön 1 1 2 3 4 5 6 7 8 und da gibt es demnächst Schwarzpulver ohne Ende aber Potassium brauche ich dann auch mal wieder und dann mal Schrot ohne Ende herstellen und läuft so jetzt kann ich allerdings das Bauen vergessen 17 Uhr da ist ja na komm ein bisschen Stahl Stahl habe ich extra angeschmissen ja habe ich aber zwischen ich nur die ausgemacht und rausgeholt wenn ich nicht irre sag ich doch ne ne jetzt hör mal auf hier so ein ich verehre mich doch gerade selber aber sowas von so ich verehre mich gerade wieder komplett so ist das so meine Lieben jetzt noch großartig da hinten losbauen bringt nichts weil 18 Uhr und äh von daher das wäre jetzt ein bisschen dudelig das heißt ich tue jetzt den Kram erst nochmal hier hin und äh beende an dieser Stelle die Folge wie gesagt die Räute lasse ich ausfallen weil wofür na kennen wir alle aus und entweder ich stehe sowieso wieder nur auf dem Ding rum und schieße nach unten und ähm von daher wird es jetzt uninteressant naja und wenn das alles vorbei ist ups dann hören wir uns in der nächsten Folge würde ich mal ein und äh von daher bis dahin teilt es wenn ihr möchtet das würde mich sehr freuen gebt mir einen Daumen hoch wenn ihr möchtet das würde mich natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns ja in der nächsten Woche bin ich jetzt hier runter gegangen das muss ich hier hoch und darf nur einsammeln also bis dahin bye bye Finde f f f Vielen Dank.